Olof Melberg ist ein ehemaliger schwedischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Der Zweikampf- und Kopfballstarke Defensivspieler, klassischer Prägung, der während seiner aktiven Karriere sowohl als Abwehr- als auch als defensiver Mittelfeldspieler auflief, debütierte 2000 in der schwedischen Nationalmannschaft. Der 2003 mit dem Giltbollen als Fußballspieler des Jahres ausgezeichnete Schwede gewann in der Altsvenskan-Spielzeit 1998 den schwedischen. Meistertitel mit Aika sowie in der Super League-Spielzeit 2010 Elftel und 2011 Zwölftel den griechischen Meistertitel mit Olympia Kospereus. Seit dem Jahre 2016 tritt als Fußballtrainer in Erscheinung und leitet seitdem die Geschicke des schwedischen Erstligisten Ev Bromepolkana. Werdegang als Spieler Olof Melberg begann mit dem Fußballspielen bei Gulsbengs Ev in seinem Heimatort. 1994 wechselte er zu Degaforsiv, bei dem er nach zwei Jahren in der Jugend in die in der Altsvenskan antretende Männermannschaft aufstieg. Beim Pokalsieger von 1993 etablierte er sich auf Anhieb im Kader und kam in der ersten Liga regelmäßig zum Einsatz. Am Ende der Spielzeit 1997 belegte er mit der Mannschaft lediglich einen Abstiegsplatz. Melberg verließ zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Marino Ramberg den Klub in Richtung AEK Solna. Insgesamt blieb er neun Monate beim Traditionsverein aus Solna und trug in 17 Ligaspielen an der Seite von Spielern wie Michael Brundin, Christa Norton, Anders Limpa, Nebojsa Novakovic und Johan Mjelbi zum Gewinn des von Rosens Pokals für den schwedischen Landesmeister bei. Das Talent des jungen Defensivspielers hatte sich in Europa herumgesprochen. Im Spätsommer der Meisterschaftssaison wechselte Melberg nach Spanien zu Racing Santander. In der Primär-A-Division etablierte er sich als Stammspieler und kam in der Spielzeit 1999 zweitausendstel in allen 38 Ligaspielen zum Einsatz. Damit verhalf er einerseits dem Klub aus dem nordspanischen Kantabrien zum Klassenerhalt. Andererseits spielte er sich ins Notizbuch des Nationaltrainers Tommy Söderberg und seines Assistenten Lars Lagerbeck. Am 23. Februar 2000 debütierte er bei der 0-1-Niederlage gegen die italienische Nationalmannschaft im Dresd der Landesauswahl, in der er sich in der Folge festspielte. Beim Europameisterschaftszentrunde 2000 gehörte er bereits an der Seite von Joachim Björklund, Teddy Lucic und Patrick Andersson zu den Stammspielern in der Abwehr und bestritt alle drei Spiele in der Gruppenphase. Konnte das vorzeitige Ausscheiden als Gruppenletzter jedoch nicht verhindern. Die anschließende Spielzeit bei Racing Santander gestaltete sich für Melberg ähnlich erfolglos. Als Tabellenvorletzter musste der Klub in die Zweitklassigkeit absteigen. Durch seine konstanten Leistungen zog er jedoch das Interesse anderer europäischer Klubs auf sich. Melberg wechselte im Sommer 2001 zu Aston Villa in die englische Premier League. Der Klub aus Birmingham, bei dem er einen Kontrakt mit fünf Jahren Laufzeit unterschrieb, bezahlte eine Ablösesumme in Höhe von ungefähr fünf Millionen Pfund für seine Dienste. In der Mannschaft um Spieler wie George Boateng, Mark Delaney, Alpa Jöseln und Darius Vessel etablierte er sich auf Anhieb in der Stammformation. Am Ende der Spielzeit gehörte er erneut zum Kader der schwedischen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 verhalfer Schweden zum überraschenden Gruppensieg vor England, Argentinien und Nigeria. Auch im Achtelfinalspiel gegen Senegal kam er zum Einsatz. Schied jedoch mit der Mannschaft durch einen Treffer von Henry Camara in der Verlängerung nach Golden Goal aus dem Turnier aus. In der Premier League-Spielzeit im Anschluss an das entrunden Turnier wirkte Melberg in allen 38 Saisonspielen mit und schaffte mit seinem Klub mit drei Punkten Vorsprung und dem um zwölf Punkte besseren Torverhältnis auf den besten Absteiger. West Ham United – den Klassenerhalt Am Ende des Jahres 2003 zeichnete ihn der Svenska Football verbundet mit dem Goldbollen als besten schwedischen Fußballspieler des Jahres aus. Unter dem neu verpflichteten Trainer David O'Leary erreichte er mit dem Klub in der Spielzeit 2003-04 den sechsten Platz und zudem das Halbfinale des League Cup, in dem die Mannschaft trotz eines 2-0-Erfolges nach Toren von Thomas Hitzelsberger und J. Lloyd Samuel im Rückspiel aufgrund einer 2-5-Hinspiel-Niederlage an den Boltenwanderers scheiterte. Im Laufe der Spielzeit stieg Melberg zum Mannschaftskapitän des Klubs auf, nachdem er parallel als Nachfolger von Mjellby zum Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft ernannt worden war. Im Amt des Kapitäns führte Melberg an der Seite von Erik Eppmann, Andreas Jakobsson und Mikkel Nielsen die Landesauswahl bei der Europameisterschaft 2004 ins Viertelfinale. Dort traf die Mannschaft auf die Auswahl der Niederlande. Nach 120 torlosen Minuten mussten die Mannschaft im Elfmeterschießen antreten. Nach jeweils 5 Elfmetern stand es 4 zu 4 unentschieden, da Zlatan Ibrahimović und Philipp Koko nicht getroffen hatten. Anschließend hielt Edwin van der SA Elmelbergs Elfmeter und Arjen Robben verhalfe den Niederländern zum Aufstieg ins Halbfinale. In den folgenden beiden Jahren konnte Aston Villa unter O'Leary nicht an den Erfolg anknüpfen und erreichte trotz der Verpflichtung von Spielern wie Erik Jemba Jemba, Aronius Wilfried Buma und Milan Barosch nur den 10. respektive 14. Tabellenrang. Dabei gehörte Melberg weiterhin zu den Dauerbrennern und bestritt einen Großteil der Pflichtspiele für den Klub. Im Sommer 2006 lief er mit der schwedischen Landesauswahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland auf. Wie vier Jahre zuvor gelang der Einzug ins Achtelfinale. Dort unterlag er mit der Mannschaft jedoch nach zwei Toren von Lukas Podolski der deutschen Auswahl mit einer 0-2-Niederlage. Dennoch setzte Villa-Trainer Martin O'Neill weiterhin auf ihn in seiner Abwehrkette. Beim Auftaktspiel zur Spielzeit 2006-07 schrieb sich Melberg in die Geschichtsbücher, als ihm beim 1-zu-1 Unentschieden gegen den FC Arsenal das erste Pflichtspieltor im Emirates-Stadium gelang. Am Ende der Spielzeit, in der er in allen 38 Ligaspielen in der Startelf stand, erreichte er mit der Mannschaft den elften Tabellenplatz. Im Laufe der folgenden Spielzeit wich Melberg häufig von seiner bevorzugten zentralen Position in die Rolle des rechten Verteidigers aus. Da der neu verpflichtete Z.A.T. Knight zusammen mit Martin Lauersen das Stamm-Innen-Verteidiger-Duo bildete. Dennoch kam er erneut in 34 Spielen zum Einsatz, wobei er am 15. März bei der 0-2-Niederlage gegen den FC Putzemaut des Feldes verwiesen wurde. Im Januar 2008 kündigte Melberg seinen Abschied aus England im Anschluss an die Europameisterschafts-Endrunde 2008 an. Dort liefer in allen drei Gruppenspielen an der Seite von Mikael Nilsson, Petter Hansson und Frederik Storr in der Abwehrkette der schwedischen Elf auf, die nach nur einem Sieg gegen Griechenland als Gruppentritter vorzeitig ausschied. In südeuropäischen Ligen im Sommer 2008 wechselte Melberg ablösefrei zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Dort erhielt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2011. In Italien bestritt er in seiner ersten Spielzeit 27 Spiele in der von Claudio Ranieri trainierten Mannschaften um Spieler wie Christian Paulsen, Hassan Salihamidzic und David Trezelgüt. Nachdem der Klub zur Spielzeit 2009 Zehntel Fabio Cannavaro von Real Madrid zurückholt wurde über die Zukunft Melbergs, dessen Schnelligkeit im Laufe der Jahre etwas eingebüßt hatte, im Verein spekuliert. Nach nur einer Saison bei Juventus Turin wechselte er letztlich im Sommer 2009 für 2,5 Millionen Euro zum griechischen Klub Olympia Kospereus, mit dem er in den Selsus 2010 Elftel und 2011 Zwölftel zweimal hintereinander die griechische Meisterschaft gewann. Melberg gehörte auch zum Kader der schwedischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012. Nach Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piro, Edwin van der SAR und Lilian Thuram ist er der sechste Spieler, der an vier EM-Endrunden teilnahm. Am 19. Juni kam er beim abschließenden 2-0-Sieg gegen Frankreich zu seinem 13. EM-Endrunden-Einsatz. Nach dem Spiel erklärte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Insgesamt kam Melberg auf 117 Länderspiele, in denen er acht Tore schoss. Zur Saison 2012 13. wechselte Melberg in die Segunda-Division zum FC Villarreal. Dort verhalf er dem Klub zur Rückkehr ins spanische Oberhaus. Zur Saison 2013 14. wechselte Melberg ablösefrei zum dänischen Hauptstadtklub FC Kopenhagen. Dort unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Am 31. Juli 2014 kurz nach Beginn seiner zweiten Spielzeit in Dänemark verkündete Melberg das Ende seiner Karriere, nachdem er seinen Vertrag in Kopenhagen zuvor vorzeitig aufgelöst hatte. Werdegang als Trainer Im November 2015 wurde Melberg als neuer Trainer des schwedischen Erstligisten F. Brommer-Polkana vorgestellt, wobei er mit Anfang des Jahres 2016 offiziell das Amt des Cheftrainers übernahm. Erfolge Schwedischer Meister 1998 Schwedens Fußballer des Jahres 2003 Griechischer Meister 2010 Elftel 2011 Zwölftel Griechischer Pokalsieger 2011 Zwölftel Silverbollen Auretz Back 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2012 実は 2011 2012 試み 2012 состояниxşANO 2011 2012 2013 2015 2011 2015 2012 imos